Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie vom Zen Garden Paraguay. Und heute stelle ich euch den Giga vor. Die Paraguayer sagen dazu Giga. Giga, wie ich ihn nenne, ist ein, ja bei uns würde man sagen, ein Krimskramsladen. Er hat eine phänomenale Auswahl, vor allem an Sachen, die man oft woanders nicht findet. Die Qualität ist teilweise sehr gut, teilweise mittelmäßig, aber ich bin sehr froh den Giga entdeckt zu haben und gehe da auch ehrlich gesagt regelmäßig einkaufen. So, also, wenn ihr bestimmte Sachen sucht, seid sehr aufmerksam bis zum Ende von Videos, weil wir werden durch die Regale gehen, ich werde hier und da was dazu sagen. Ihr könnt euch wirklich einen guten Überblick darüber verschaffen, was es im Giga alles gibt. So, und wenn euch das Video gefällt, dann bitte seid so nett, gebt uns einen Daumen hoch. Das ist immer für uns wieder etwas, was uns Mut macht, was uns animiert. Wenn ihr Sachen sucht, die ihr in Paraguay noch nicht gefunden habt oder ihr habt Ideen für Videos, was ihr gerne sehen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Und sollte ich dann dafür eine gute Quelle haben oder eben die Gelegenheit haben, das passende Video zu drehen, dann mache ich das gerne. Ansonsten, wie gesagt, Daumen hoch, freut uns sehr und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren oder auch in unsere kleine Telegram-Gruppe zur Anlage Sengarden Paraguay kommen. So, und jetzt geht's gleich nach dem Itro hinein ins Giga. Das Giga befindet sich einmal in Asuncion und einmal in Encarnacion bisher. In Asuncion findet ihr das auf der Eusebio Ayala kurz vor dem Sanisär, das Sanitärfachgeschäft. In der Nähe ist auch auf der anderen Straßenseite ein Stock-Supermarkt, ein großer und dann eben so 300, 400 Meter weiter Richtung Innenstadt ist das Giga. Das ist der Eingangsbereich. Das Schild oben, nach dem ihr schauen könnt, habt ihr vorher schon gesehen und es hat so 5, 6 Parkplätze vor der Tür. Und wie bereits erwähnt, es ist aus meiner Sicht ein großer, großer Krimskramsladen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist hier der erste Gang rechts oder links, denn sie räumen regelmäßig um. Aber wie ihr sehen könnt, hier habt ihr Seifenbehälter, ihr habt Decken, ihr habt Handtücher. Also es ist wirklich, in der Richtung gibt es nahezu alles. In verschiedenen Farben, in verschiedenen Qualitäten. Am Ende von diesem Regal zum Beispiel sind auch eingerollt Spannbetttücher in Baumwollqualität. Also wirklich gut. Hier habt ihr zum Beispiel das Regal, wo sehr viele Halterungen sind für die Bäder, für alles mögliche oder so kleine Rollboys für die Küche, fürs Bad. Alle möglichen, ich sage mal auch Behälter wie Wäschekörbe und, und, und. Zum Großteil aus Plastik. Was mir dort besonders gefällt, ist, dass sie auch immer etwas ausgefallene Sachen haben. Sie haben das ganz normale Standardprogramm, aber dann zum Beispiel auch die Toilettenpapierkörbe sozusagen direkt mit Halterung für die Toilette, für das Toilettenpapier. Ganz nett angebracht. Hier seht ihr zum Beispiel Sachen, die für die Autofahrer wichtig sind. Warndreieck, Sicherheitsweste und darunter aber auch schon die Gartenschläuche und alles mögliche andere. Direkt auf der einen Seite daneben sind dann auch schon ein paar Kleinwerkzeuge, auch das findet man dort. Nie die riesige Auswahl, aber eben vieles, wonach man sonst woanders sucht. Und wenn ich mich nicht täusche, es gibt es hier sogar, das ist das, was zwischen den Warndreiecken liegt, sind es sogar Scheibenwücher, wenn ich es damals noch richtig in Erinnerung habe. So, und hier seht ihr jetzt nochmal das Kleinwerkzeug, da habt ihr alles über Zangen, Metermaß, auch Duschabwücher, Hammer, Plastikhammer, auch eben für weichere Sachen. Also wirklich immer wieder Sachen, wo man in anderen Märkten sucht und nicht weiß, wo man sie findet. Hier in diesem Regal, da geht es zum Beispiel viel um Feiern und Deko, also ihr habt diese Geschenktüten, danach sind eben Luftballons in allen möglichen Farben und Girlanden und alles mögliche, was man eben so für eine Party, egal ob Kinder oder Erwachsene braucht. Eine ganz, ganz große und gelungene Auswahl. Auch da haben wir jetzt schon das eine oder andere gekauft, vor allem, weil sie unser Senngartengrün, das seht ihr gleich hier vorne an den ersten Strohhalmen. Und wie gesagt, also da kann man sich nicht beklagen, faire Preise, eben auch wenn man mehrere von einer Packung nimmt, Großhandelspreise, einfach gut. So, hier kommen wir in eine Abteilung von allen möglichen Krimskrams, über Schlösser bis zu irgendwelchen auch Giftsprüher für den Garten. Und daneben, das sieht man auch schon so ein bisschen, fängt dann die Tierabteilung an und aber auch die oft gesuchte Wärmflasche oder Fahrradschlösser. Also wirklich, auch das findet man im Giga. Und wie eben schon angekündigt, hier findet ihr eben das ganze Tierzubehör, was sie haben, also alle möglichen Halsbänder, Leinen, Spielzeug, Näpfe, Groß, Klein. Ein, ja, wie gesagt, alles mögliche, Leckerlis, Knochen. Ihr seht es ja selbst. Im hinteren Bereich findet man dann im Sommer natürlich mehr, im Winter ein bisschen weniger Plastikgartenmöbel und auch Tische und auch für kleinere Kinder eben Plastikspielzeuge für draußen, also für den Außenbereich. Und auch ein paar kleinere, ich sag mal Planschbecken, Pools, also auch das werdet ihr dort finden können. Wie gesagt, jetzt im Winter und im Herbst ist natürlich die Auswahl sehr, sehr spärlich. Hier seht ihr dann die andere Seite, ja, auch so ein Basketballkorb zum Beispiel und so Dreiräder und so Laufwägelchen, Sesselchen für Kleinkinder. Also alles mögliche in der Art findet ihr eben auch dort. So, hier sind wir im Bereich der Deko. Ihr seht aber unter anderem auch Nützliches, wie diese Sprühflaschen, verschiedene Körbe, natürlich aus Plastik, Kerzen und dahinter auch schon Gardinen. Ab drei Stück sind die Gardinen dann schon wieder im Großhandelspreis und was ich festgestellt habe, dann sind sie definitiv günstiger als bei Plaza Hoga oder Feria, obwohl es die gleichen Marken sind. Und ein bisschen weiter hinten kommt dann der Bereich der Bilderrahmen und der Spiegel. Und da seht ihr auch, es gibt alle möglichen Varianten von eckig über rund, über Holz, über alle möglichen Spiegelarten. Also auch da einfach insgesamt eine gute Auswahl. Wenn also jemand dabei ist, der sein Haus vielleicht gerade gekommen ist ohne Container, möchte sich da ein paar nette Dekosachen holen. Da ist der Giga immer eine ganz, ganz gute Empfehlung, einfach aufgrund dessen, dass er so viel Verschiedenes hat. Hier ist auch wieder ein bisschen gemischt. Unten Deko, ihr seht diese Ananasschalen, dann auch wieder Deko für Kinder. Darüber sind ein paar Schreibblöcke, wobei gerade wenn die Schule angeht, sind sie im Bereich Schreibbedarf sehr, sehr gut sortiert. Da kann man gar nichts sagen. Und dann noch Taschen und Rucksäcke. Bis wir hier zu den Schirmen kommen, darüber sind Kleiderbügel, die sieht man jetzt nur noch am Rand. Und dann alle möglichen, ich sag mal Wäschetrockner, Aufhängungen, Bügelbrett hinten. Also auch da, dieser Bereich vom Haushalt wird hier gut abgedeckt. Und hier sind wir in der Babyabteilung. Unten Schnuller, Töpfchen, Aufbewahrungsbehälter für unterwegs. Also auch da gibt es eine ganz riesige Auswahl. Und ich denke gerade, wenn man was sucht, kann man hier relativ gut sich zurechtfinden und sich dann eindecken. Hier kommen wir jetzt in den Bereich der Töpfe und Aufbewahrungen im Bereich der Küche. Also ihr seht hier auf alle Fälle diese Töpfe in der Qualität. Hinten hat es dann auch schon wieder die Sekt-Champagner-Kübel. Darunter aber auch Putzlappen. Also es ist immer, so wie ich sag, in einem Krimskramsgeschäft alles ein bisschen bunt durcheinander. Thematisch grob sortiert. Ja, ihr seht unten zum Beispiel auch schon wieder Schalen zum Servieren am Tisch. Und unten ein paar Täler schon mal. Im Bereich Geschirr und alles so für den Tisch haben sie insgesamt eine sehr, sehr gute Auswahl. Beim Kochgeschirr ist die Qualität nicht immer wirklich toll. Wobei sie aber auch für Gastronomie große Sachen haben. Da habe ich mich jetzt selbst nie so ganz bewusst für interessiert. Aber einfach dann selbst mal schauen. Wie gesagt, sie haben da auch im Bereich Backformen und so haben sie sehr viel. Hier seht ihr mal so quer drüber über die Gläserauswahl von normalen Trinkgläsern über Sektgläser, Stampfer. Alles ist hier zu finden. Wirklich die Auswahl, gerade im Gläserbereich, ist gigantisch. In diesem Regal findet ihr Geschirr, vor allem eben Glasgeschirr, aber hinten auch schon das erste so Keramikgeschirr. Wie ihr seht, verschiedene Farben, verschiedene Größen, auch Tassen, Untertassen, Schälchen. Also einfach eine richtig schöne Auswahl. Und nachher kommt dann noch ein bisschen mehr Keramikgeschirr, werdet ihr sehen. Also aus meiner Sicht wirklich gut. Hier habt ihr nochmal ein bisschen was aus dem Bereich Deko. Und wie gesagt, das wechselt auch immer saisonal. Und wenn etwas ausverkauft ist, kommt das nächste. Also zum Beispiel dieses Grüne, was im oberen Drittel ist, das gibt es inzwischen nicht mehr. Zumindest das letzte Mal, als ich da war. Dafür gibt es jetzt einfach was ganz anderes, neue Dessins, einfach Variation. So und hier zeige ich euch einfach so ein bisschen die Plastikabteilung mit Papierkörben, Wäschekörben, Körbe für jeglichen Bedarf. Also auch zum Beispiel jetzt hier Aufbewahrungen für alles mögliche, Schüsseln, Tiefe, Putzeimer. Schaut es euch einfach an. Da ist für jeden Farbgeschmack, für jede Größe, die man braucht, gibt es hier einfach genug Auswahl. Und hier diese roten, das sind die, die ich vorhin erwähnte, die gibt es aber in verschiedenen Farben. Diese Eimer mit obendran diesem Bügel für Klopapier. Und die hier zum Beispiel kann man sehr gut nutzen in der Küche als Bioabfall, bevor man den zu seinem Komposter trägt, wenn man denn einen hat. Aber ihr seht hier auch nochmal eine ganze Auswahl. Putzeimer, also wirklich alles vorhanden, was wir auch dort gekauft haben, sind zum Beispiel die Eimer für die Mülltrennung, wo dann eben beschriftet ist und nach Farben getrennt für Papier, Metall und so weiter. In diesem Regal hier habt ihr Aufbewahrungen vor allem für die Küche. Das heißt also zum Beispiel auch diese Saftflaschen in Plastik, Schüsseln mit Plastikdeckel, ganze Plastikschüsseln mit Deckel, ohne Deckel. Einmal für die Schublade, die Besteckkörbe, für die Trennung, dann eben auch für die Spüle, für Spülbecken diese Abtropfkörbe. Honigtöpfchen, Gläschen zum Ausgießen vom Honig, also wirklich eine tolle Auswahl. Und auch eine kleine Ecke mit Elektro-Kleingeräten. Also ihr seht auf der einen Seite zum Beispiel diese Boxen, sie haben aber auch kleine Nachttischlämpchen, sie haben immer wieder auch Föhn, Kaffeemaschine, Mixer und so weiter. Und da hinten, wo die Dame sich gerade nach unten bückt und dieser rosa Bildschirm ist, dort können die Sachen vor dem Kauf einmal getestet werden. Also auch dieser Service ist da und wird jederzeit für euch gemacht, der Test. So, hier sind wir bei Wandbildern und Schreibmaterial. Das ist ein bisschen die Auswahl, ein Teil der Auswahl, die es gab, als Schulanfang war. Aber ihr seht, das ist schon ganz ordentlich, vor allem auch alles Mögliche an Farben, für die Umschläge der Bücher und Blätter und aber auch zum Beispiel Tischventilatoren. Hier sind wir in der Abteilung der Bettdecken. Da gibt es alle möglichen Größen und Qualitäten. Blumenkübel, klein, groß, Putzmittel. Im Putzmittelbereich kann man richtig gut einkaufen. Es ist günstig und es hat alles da, von Besen bis Kehrschaufeln. Ich liebe die Kehrschaufeln mit Stiel, das schont den Rücken. Alle möglichen Putzlappen, Bürsten, Handschuhe, also alles dabei. So, und wie vorhin versprochen, hier auch nochmal die Keramikteller und Tasten und so weiter Abteilung, also Geschirrabteilung. Ihr seht verschiedene Dessins, dem einen gefällt das eine, dem anderen gefällt das andere. Aber wirklich nahezu für jeden Geschmack was dabei. Dieses Bild hier ist entstanden um kurz vor der Valentinszeit. Deshalb sind jetzt gerade hier überall Herzchen und I love you und sowas. Das schwankt natürlich und im Rest des Jahres ist da einfach eine andere schöne Auswahl an Tassen. Und weswegen ich den Giga so mag, ist, dass ihr hier immer wieder Sachen findet, die ihr woanders sucht oder die dort sehr teuer sind. Also zum Beispiel eben so ein Gewürzregal oder Salz-Pfeffer-Streuer, kleine Aufbewahrungen. Und das hier finde ich persönlich ganz genial. Hier vorne, das sind Glasschalen, also wirklich Glas, mit einem Plastikdeckel, der von vier Seiten draufgeklippt wird. Man kann die nehmen für den Kühlschrank, man kann sie aber auch zum Einfrieren nehmen. Und wenn man den Deckel weg macht, sieht diese Glasschale auf dem Tisch, wenn da ja was drin ist, was man auf den Tisch stellen möchte, auch wirklich hübsch aus. Hier noch ein Blick aus dem letzten Sommer. Da seht ihr jetzt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Schwimmflügel, Planschbecken, alles, was man so gerade für die Kleinen braucht für den Sommer, damit es ihnen ein bisschen angenehmer wird. Und Deckenventilatoren, auch da verschiedene Leistungsstärken, verschiedene Hersteller und Stehventilatoren weiterhin. Das hier ist die Abteilung mit dem Plastikgeschirr, wenn jemand es braucht. Also auch das gibt es hier, gerade für Picknick und solche Sachen oder für Kleinkinder. Die Auswahl ist auch hier richtig groß. Und dann kommen wir jetzt in den Bereich der, da musste ich einmal kippen, der Kleinkinder, beziehungsweise der Kinder mit Spielsachen. Ihr habt vorher gesehen, auch diese WC-Deckelchen. Ja, hier kommen sie nochmal in alle möglichen Farben, verschiedene Größen und Töpfchen und Stühlchen. Also gerade in dem Bereich haben sie auch wirklich eine tolle Auswahl. Kinderbadewannen, da unten dann alle möglichen, noch Tischchen und Stühle und Fahrzeuge. Also richtig, richtig nett. Und hier einfach mal so ein Blick, so ein bisschen in die Gänge. In den meisten Gängen waren wir schon, hier dem noch nicht. Da geht es ums Grillen. Da findet ihr also Grillbesteck und solche Geschichten und Messer und Schaufeln. Und ja, schaut es euch einfach an. Kleine Grills zum Teil eben auch, die haben sie nicht immer da. Holzbrettchen, die wie ich finde in Paraguay insgesamt oft wirklich sehr, sehr teuer sind. So, und hier sind wir an der Kasse und dann seht ihr, da oben ist quasi noch das Kartonlager. Das heißt, wenn ihr irgendwas, ihr möchtet von irgendwas einige und es ist vielleicht nicht mehr so viel da, wie ihr möchtet, dann immer eine Verkäuferin fragen, ob sie oben im Lager nachschauen kann. Und dann gehen die immer sehr gerne hoch und machen das für euch. Aus Gründen des Datenschutz habe ich natürlich dieser Dame jetzt ein Smiley verpasst. Das war eine Kundin, eine ganz normale und die Kassiererin sieht man jetzt nur von hinten, das passt. Ja, wir sind jetzt wieder am Ende des Videos und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video vom Zen Garden Paraguay. Tschüss, lasst es euch gut gehen.